Hey Leute, ich und Daniel, wir haben ein neues Format gemacht, also Daniel AKX Killer Dream. Wir haben ein neues Format gemacht und wir brauchen eure Hilfe, add mich auf Skype, Namen und in der Videobeschreibung, also add mich und ich kann es euch kurz schnell erklären, dass einfach, wo ich gegen, wo ich oder Daniel gegen euch zockt und das zusammenschneiden, also wo wir verschiedene 101's machen oder 2-2, das wird halt lustig, wir werden unser Bestes tun, dass es ein gutes Format wird, also hilft uns bitte, lass einen Daumen hoch da und das Format kommt heute, die erste Folge kommt heute um 3 Uhr, also ich hoffe, ihr schaltet ein, bis dann, ciao.